es ist und herzlich willkommen es gibt einen neuen großmeister der arena den metzger deshalb könnt ihr da hinten mal die klappe halten damit ich hier die anmoderation machen muss ein guter laden sein wenn ich gehe einmal kurz herzlich willkommen zurück zu oblivion ja wir wollten eigentlich mit primus da reden ich remanus polus oder so jähnlich seid gegrüßt raminus polus schönen tag haben wir eine neue aufgabe bekommen beziehungsweise den fortschritt eure rolle in der gilde wird immer wichtiger ihr habt jetzt den rang eines hexers erlangt und habt damit freien zutritt zur kammer des rats wir haben zutritt zur kammer des rats okay hat die aufgabe für mich eure aufträge kommen jetzt direkt von erzmagier traben sprecht bitte mit ihm wenn ihr nicht sicher seid was ihr tun sollt okay lebt wohl turmrad gemächer ja wir haben jetzt offiziell ihr habt die hände eines heilers da darf ich aber immer noch nicht hin okay kraten es gibt da eine dringliche angelegenheit die eure persönliche aufmerksamkeit erfordert diese aufgabe fällt euch ganz alleine zu okay was habt ihr für eine aufgabe für mich seid ihr bereit ich bin bereit graf hasseldorf von skingrad hat sich an den rat gewandt er behauptet informationen zu besitzen die sehr wichtig für uns sind er hat verlangt dass ihr persönlich nach skingrad reisen sollte um diese informationen zu erhalten ich kann gar nicht genug betonen wie wichtig es ist dass unsere beziehungen zu hasseldorf gewahrt bleiben ich erwarte dass ihr ihn unverzüglich aufsucht okay was wisst ihr dann über janus hasseldorf ich weiß nicht aus welchem grund er verlangt hat dass unter allen leuten ausgerechnet ihr es sein sollt der ihn besuchen soll ich hege keinen wunsch euch in gefahr zu bringen sonst irgendwelche aufgaben bitte stattet graf hasseldorf in skingrad einen besuch ab wenn diese informationen so wichtig sind wie er behauptet müssen wir sie so schnell wie möglich haben okay graf hasseldorf erwartet eure ankunft ja skingrad seiten so und da dürfen wir jetzt hin oder seid gegrüßt hexer da da hallo das ist doch die tür hier oder nicht hallo keiner traut sich mehr nach hallo hier das hier hier hinten das ist das oder da ist wahrscheinlich die rats alle okay aber gut dann machen wir uns erstmal auf den weg nach skingrad und reden mal mit ich bin gleich wieder da so da bin ich wieder habt ihr schon von quatsch gehört zum glück hat es gespeichert als gerade aus der tür rausging so dann gehen wir mal zu david hasselhoff ne ähm zu hasseldorf es ist ihr seid es der held von quatsch ihr seid es ist wirklich eine ehre ihr seid hier ohne muss lex gibt es etwas zu berichten äh bezüglich also ich habe gehört der schild des kreuzritters sei gefunden worden er war in einem mit fallen gesicherten verließ oder so eingeschlossen so bezüglich graufuchs das ist dieser team von dem die kaiserliche wache immer spricht er stiehlt gerne von den reichen und verteilt es unter den armen oder so ähnlich oder weiter so die erleiden ja konnte ich jetzt auch nicht mehr zu händen lesen super jetzt aber schön dass das spiel immer wieder abschmiert gibt es dafür eigentlich ein fix oder so ein community patch dann es gibt ja auch so eine problematik bei oblivieren dass wenn man zu viel irgendwie sammelt und wegschmeißt und so die ids gelöscht werden oder resettet werden oder so und der geht das immer das spiel geht das immer dann beim resetten in der reihenfolge aus in der es passiert ist und dann kann es irgendwann mal passiert dass items die man selber hat sei ich hätte gewählt gut werden und da muss ich auch mal schauen dass sie irgendwie den patch hier ein krieg wenn wenn es ein patch gibt dafür dann ist akrobatik noch mal verbessert wollen wir schon sobald wir akrobatik auch auf 100 prozent haben genauso wie athletik grüß euch grüß euch so aus kinder ist in diese richtung schön dass hier direkt bei der kaiserstadt alle alle orte direkt angezeigt werden wo man hin muss oder hin kann ja wir springen erst mal sehr viel tut mir leid aber ich will die akrobatik voll haben das war ja in morrowind genauso in skyrim wird das nicht mehr passieren da macht euch keine sorgen der hat die nur besporen ich hätte gerne jetzt wirklich so eine däpere kratz festung tugend warte mal da vorne war doch hier von knavikus biele oder wir sind jetzt stufe 20 wird jetzt mal gucken ob das dafür reicht ja stufe 20 reicht ob ihr möchtet ihr am altar von klavikus 500 goldstücke opfern ja ein sterblicher wunderbar steht seine freude ihr könntet mir vielleicht einen dienst erweisen sterblicher und ich werde euch belohnen ein faires angebot meint ihr nicht ihr werdet mir ein schwert beschaffen ein ganz besonderes schwert in ihm lebt die sehre und ich werde euch belohnen ein faires angebot meint ihr nicht ich werde euch belohnen mit dem ich in der vergangenheit zu tun hatte bringt mir das schwert und zum dank werdet ihr meine maske verhalten ein besseres angebot werdet ihr nicht bekommen sterblicher beginnt eure suche im als ich meine abgabe am schreien von klavikus viele darbrachte erzählte mir der daedra führst von umbra und dass er wünsche das umbrach schwert wieder zu erlangen sollte meine suche im pelztor beginnen wo es barbers sind ja was ist weg hast gefälligst auf in eurer tasche der hund ihr helden seid wohl alle nicht besonders helle was der hund in meiner tasche ich habe einen hund in meiner tasche wo habe ich hier einen hund kleine statue eines hundes gut ihr hört mir zu ich bin war was der hund von klavikus will nicht dass ich immer schon ein hund gewesen wäre oder schon immer war was geheißen hätte ich war auch schon einmal ein rot verdone zeitweise war ich an skat und habe geschäfte mit box gemacht aber jetzt bin ich sein hund und die ne fürst ok ich habe einen rat für euch ihr habt ein schlechtes geschäft gemacht mit dieser umreist nicht zu spaß wenn sie im spiel ist geht das immer böse aus klavikus hat das nie richtig wahrhaben wollen es wird auch diesmal böse ausgehen lasst es einfach wie es ist zieht euch zurück es ist wirklich das beste für euch aber es ist klar wie das bietet sprach zu mir durch die statuette die in meinem gepäck auftauchte er beschied mir dass die rückgabe des umraschschwerts an klavikus viele ein fehler sein der vieles haus wahrscheinlich große überbringen wird also bewährt oder maske haben wir haben das ja leider verpasst in morrowind das umraschschwert zu finden mhm ernsthaft jetzt halt diese recht so ich hoffe jetzt kommt nie so schnell nicht noch mal einer das ging gerade gehen wir auf jeden fall noch mal einkaufen und verkaufen um liking zwei Mist Okay, das Das sieht gar nicht gut aus Okay, Elfenkriegshammer Und der hat einen Zwergenkriegshammer Wir holen uns definitiv gleich 20 Schmiedelmer Um einmal alles zu reparieren, was wir haben Ganz schön viele Tränke der Hexerei So, vielleicht nochmal kurz speichern Warum müssen hier immer so viele Gegner jetzt wieder da sein Oh nein Da müssen wir jetzt auch gleich durch Leben, die uns entzogen hat Ach nein, Braunbär Mit den schlimmsten Attacken So, wie wenigstens sind wir jetzt schon in Skingrad Und das eine Tor ist auch nie über Geld oder Leben Der hier zieht dies sogar vor Nehmt das Zeigt mir, was ihr da habt Ach nö Ernsthaft? So, da bin ich wieder Da kann doch nicht ernst sein vom Spiel Das ist immer wieder abschmiert hier jetzt heute So oft Das ist jetzt heute bei der Session Das dritte Mal schon Wo das Spiel mir abschmiert Kann doch nicht sein, oder? So, wir werden jetzt gleich hier von dem da attackiert Da ist er schon Weil ich er hier mal Warte mal Der Er hat diesmal eine Glasrüstung Und Ne Der 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 Wechsel Hast du Da Nehm' ich auch mit So, was gebe ich ihm ab? Etwas, was nicht so viel wert ist Hier Das darfst du haben Dengan das Leids brauchen wir noch Wo hat er sowas bitte her? hier die darfst du auch haben nochmal speichern hier reicht nicht aus ja wir haben auch ein malus gerade jetzt wo hat werden das bitte jemand aus der sich in schwerer rüstung wohlfühlt ja das kommt vor der will mir nicht nichts sagen dass der jetzt ein oblivion tor dass ich das meinem dann oder sowas finde hätte ich gedacht ja kann passieren aber in einem bei einem wegelager sowas zu finden doch ein bisschen komisch übrigens wie viele nierenwurz haben wir 14 ok 16 fehlen uns noch hallo selber hallo hallo sich im augenblick guck mal wirklich hat der im angebot willkommen beim kolovianischen händler skin grads feinste auswahl an allgemeinen waren ich bin gunda sagt mir einfach was ihr wünscht handeln was darf ich euch anbieten der hat nur 800 ich die kriege genau 800 für die sachen hier dann kannst du den hier haben den brauche ich noch aus irgendwelchen gründen haben wir so viele feile mit den darfst du haben das ist ein gutes angebot hier den darfst du haben ihr seid ein hahn sonst noch irgendwas die wala steine empfehlt mich aber freundlich habe ich habe vergessen warte sich meine waren an ich bin sicher dass ihr etwas findet das euch interessiert ja ja gibt mir nur deine hammer hier 20 stück günstiger bekommt ihr es ab dank auf wiedersehen ja wiedersehen wo sind sie da okay das war jetzt aber auch recht übel dass meine rüstung hier schon fast komplett hinüber ist wiedersehen 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 so jetzt brauche ich noch einen händler der ein bisschen mehr geld hat hier hier der müsste mehr geld haben oder oder die die besäuselte seht euch meine waren an ich bin sicher dass er etwas findet das euch interessiert das beste was gebe ich ihr das ein guter preis für einen guten kunden das ist doch irgendwie was hier hier habe ich hier schon angetreten glaube ich ich glaube so schnell kriegen wir keinen händler der mehr bietet kommt wieder und kauft bei mir ein lebt wohl lebt wohl so automatisch speichern zum glück dann gehen wir mal richtung haseldorf dann gehen bis jetzt die kraft auge der furcht die dafür sorgt die dafür sorgt ja das ist aber auch ein komischer weg hier aber dafür auch eigentlich hier seht wie jemand aus der sich in schwerer rüstung wohlfühlt privations sein vornamen konnte ich nicht lesen weil viel zu lang ich feiere das schon dass wir jetzt schon wäldrische sachen hier finden können hallo wisst ihr was mit merkator hosidus geschehen ist ich habe ihn lange nicht mehr im schloss gesehen ganz sicher nicht bis später haltet den mund ihr seid hier um den grafen zu sehen nicht wahr ja er erwartet euch wartet hier ich werde ihn von eurer ankunft unterrichten ich warte nun schon wieder von euch will ich nichts ich warte hier auf haseldorf wie lange das wohl jetzt dauert wenn ich raus warte mal jetzt ist da muss ich vielleicht auch nach oben gehen seit gegrüßt nord seit gegrüßt ich gehe mal nach oben ich weiß jetzt nicht ob ich warten muss oder folgen hingehen willkommen magier der gilde erneut treffen wir uns doch diesmal unter anderen umständen ich befürchte dieses mal werden die ergebnisse auch nicht zufriedenstellender als beim letzten mal für euch sein vielleicht sogar noch schlechter ich befürchte dass die informationen die ich für eure gilde habe keine freudige reaktion auslösen werden Okata topic ich beneide den lord kanzler nicht um seine position es muss schwierig sein ein reich ohne einen kaiser zu regieren halte gerüchte man sagt dass die kämpfer gilde alle trolle in der sumpfigen Höhle erwischt hat. Aber ich traue mich trotzdem nicht in die Nähe von Harlons Wacht. Okay, was hat das mit der Information auf sich? Ich habe euch wegen unserer früheren Begegnung rufen lassen. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Denkt darüber nach, was dies für euch bedeutet, während ihr eine kleine Aufgabe für mich erledigt. Überrascht? Nichts ist umsonst Magier. Es gibt da ein kleines Ärgernis, das ihr für mich aus der Welt schaffen sollt, bevor ich euch sage, was ich weiß. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Äh... Was ist das Problem? Sicher ist es eine nebensächliche Angelegenheit, doch weder ich noch meine Wachen dürfen direkt in sie verwickelt werden. In der Blutkrustenhöhle südöstlich der Stadt hat sich eine Vampirbrot eingenistet. Sie sind eine Gefahr für die Stadt und müssen eliminiert werden. Die Anwesenheit dieser Vampire hat eine Schar von Vampirjägern in die Stadt gelockt, die den Gerüchten über Vampire ins Skingrad gefolgt sind. Obwohl ich zwar nicht glaube, dass meine eigene Identität gefährdet ist, will ich kein Risiko eingehen und kann daher in keiner Sache selbst etwas unternehmen. Ihr dagegen könnt ungestört handeln und werdet euch daher für mich um diese Angelegenheiten kümmern. Danach werde ich euch sagen, was ich weiß. Okay, was hat es mit, äh, oder wo finde ich die Blutkrustenhöhle? Was wollt ihr darüber wissen? Wo ist die Höhle? Die Höhle liegt nicht weit östlich der Burg. Sie ist zum Glück so weit von der Stadt entfernt, dass nur wenige einheimische Grund dazu haben, sie zu passieren. Okay, warum sind die Vampire hier? Ich versichere euch, dass ich nicht für sie verantwortlich bin. Ich würde niemals so unachtsam sein. Wo dumme Tiere weilen, sind Raubtiere nie weit entfernt. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass so etwas geschehen ist. Auf einer bestimmten Ebene sind sie sich meiner Anwesenheit bewusst. Ob es sie nach dem gelüstet, was ich besitze, oder sie lediglich danach trachten, es zu zerstören, das weiß ich nicht. Sie haben ihren Instinkten nachgegeben und sind kaum mehr als Tiere. Sie müssen, auf welche Weise auch immer, ausgemerzt werden. Okay, äh, schon gut. Sehr gut. Dann mache ich mich auf den Fee, obwohl Vampirjäger. Ein Haufen von Unruhestiftern. Ich erwarte, dass ihr euch um sie kümmert. Wo sind die Jäger? Es gibt mindestens drei von ihnen. Ich kenne nur einen einzigen namentlich. Es ist ein Waldelf namens Eridor. Nach allem, was ich weiß, ist er recht tüchtig. Ich könnte selbst mit ihnen fertig werden. Es wäre jedoch unklug, meine Fähigkeiten öffentlich zur Schau zu stellen. Das ist die Torheit der Jungen und Stolzen. Solltet ihr euch bei dem Mord jedoch erwischen lassen, bekommt ihr es natürlich mit der Wache zu tun. Vergesst nicht, ich darf nicht damit in Verbindung gebracht werden. Okay, äh, wo sind sie? Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe mich gehütet, allzu großes Interesse zu bekunden, damit sie ihre Aufmerksamkeit nicht der Burg zu wenden. Die Bürger werden wahrscheinlich mehr darüber wissen. Ich kann mir vorstellen, dass vielen ihre Anwesenheit hier aufgefallen ist. Okay, wo soll ich, äh, mit ihnen um... Wie soll ich mit ihnen umgehen? Tötet sie, treibt sie aus der Stadt, tut was ihr wollt. Ich will sie einfach nur weg haben. Solltet ihr euch bei dem Mord jedoch erwischen lassen, bekommt ihr es natürlich mit der Wache zu tun. Das hast du gerade gesagt. Noch mehr Verdacht erregen, indem ich euch gegenüber milde walten lasse, falls ihr gegen das Gesetz verstoßen solltet. Okay, schon gut. Sehr gut. Dann weiß ich alles. Ich werde auf eure Rückkehr warten. Okay, also ich kann die Vampirjäger überreden, oder muss ich die ermorden? Vor allem einer heißt sogar Erildor. Das heißt, der ist vielleicht sogar noch relevant, für später oder so. Carsten? Okay, wo ist Erildor dann? Hallo. Seid gegrüßt, Retter. Okay, Quefmarker zeigt in die Richtung. Also Erildor, du hast irgendwo hier hinten. Gruß euch. Gaston Sorilje. Ich bin Gaston Sorilje. Vielleicht habt ihr schon meinen Bruder David kennengelernt. Wir führen zusammen die Winzerei der Sorilje-Brüder. Okay. Auf Wiedersehen. Nicht der, nach dem ich gesucht habe. Aber der. Den habe ich gesucht. Erildor. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Bürger von Skingrad. Nehmt bitte zur Kenntnis, dass ich in offiziellem Auftrag hier bin und niemand Schaden erleiden. Ach, was soll's. Lasst mich raten, ihr macht euch Sorgen darüber, was meine Männer und ich hier im Ort suchen. Lüge. Lüge, ja, das ist wahr. Ich wohne nicht hier. Was wollt ihr denn dann überhaupt von mir? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit herumzustehen und Schwätzchen zu halten. Ich habe einige Fragen. Was wollt ihr wissen? Wer seid ihr? Ich bin ein Vampirjäger. Ich bin mit einigen Gefährten hierher gekommen, um unter den Vampiren in Skingrad aufzuräumen. Oh, das stimmt. Wir haben alles darüber gehört. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und warum seid ihr hier? Dann hat es sich also noch nicht unter allen Leuten dieser Stadt herumgesprochen. Interessant. Sie müssen unglaublich gut darin sein, unauffällig zu bleiben. Wir haben Gerüchte gehört, dass sich Vampire in der Stadt eingeschlichen hätten. Wir kamen her, um sie unschädlich zu machen. Und... Wohin seht ihr was? Meine Männer sind über die ganze Stadt verteilt. Shamaa ist oben bei der Reiterstatue. Bontus ist draußen auf der Hochweide und Carsten überwacht das Stadttor in der Nähe der Burg. Okay. Wenn ihr das sagt... Speicher einmal. Es freut mich, euch wiederzusehen, mein Freund. Euch ist nicht vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches hier in der Gegend aufgefallen? Äh, ich habe Informationen für euch. Alles, was mich interessiert, ist, wo sich die Vampire versteckt halten. Ich weiß, dass sie hier irgendwo stecken. Wisst ihr etwa, wo sie sich verkochen haben? Äh, Lutkostenhülle. Ach. Nun, vielleicht sollten wir ihnen einen kleinen Besuch abstatten. Habt Dank für den Hinweis. Geht ihr jetzt da hin? Da hinten ist ja noch einer irgendwo. Nicht er. Ich muss die ermorden. Richtig. Graf ist unter verfügt über Informationen, die er mir nur dann gibt, wenn ich die Vampirjäger vertreibe, die ums Kimmgrad lauern. Aus dem muss ich ein Vampirnest in der Lutkostenhülle außerhalb der Stadt vernichten. Guten Abend. Sextius? Okay. Ich bin beschäftigt. Wenn ihr etwas Wichtiges zu besprechen habt, dann wendet euch an Eridore. Was geht hier vor? Okay, ich wurde da dabei nicht gesehen. Ich muss die töten, ne? So, wo ist links hier? Eridore ist jetzt hier. Eridore. Was geht hier vor? Mist. Finden die ihren Weg hierhin oder nicht? Mist. Mist. Die Wache kommt auch noch dazu. Nein. Weg. Lasst mich in Ruhe. Oh nein, noch eine Wache. Ich glaube, die sind nicht in der Lage, hier hochzukommen. Verdammt. Okay, jetzt versuchen wir hierhin zu kommen. Ja, wie löse ich das Problem jetzt? Ich muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, hier irgendwo mich so zu verstecken, dass die mich einmal nicht zu sehen. Nein, da sind sie schon. Verdammt. Weg. Nein. Nein. Ach, ihr seid da. Seid ihr sicher, dass ihr nicht verfolgt wurdet? Gut. Ich wusste doch, dass ich euch vertrauen kann. Niemand sonst in der Stadt. Sie wissen alle Bescheid. Alle beobachten mich. Die sind zu. Ja, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Ich zahle euch gut mit Gold. Ihr macht ihr. Gold, nicht wahr? Viel Gold. Und das ist los. Ich werde verfolgt, beobachtet. Ja, ich auch. Ich werde die Marukati auserwählten. Bin mir nicht sicher. Ich bin eine Gefahr. Seht ihr? Für ihre Pläne. Ich weiß zu viel. Ich möchte, dass ihr einige Leute für mich überprüft. Die Leute, die mich verfolgen. Beobachtet sie. Achtet darauf, wohin sie gehen. Und wem sie Bericht erstatten. Wollt ihr mir helfen? Äh, klar, ich helfe dir. Sehr gut. Das soll euch nicht leid tun. Ich zahle gut. Habe ich das schon erwähnt? Lasst uns mit Bernadette Penelès anfangen. Seit um 6 Uhr früh vor meinem Haus. Dann werdet ihr sie sehen, wie sie mich beobachtet. Achtet darauf, wohin sie geht. Und wem sie Bericht erstattet. Ja, ich muss... Wir treffen uns morgen Abend wieder hier. Ach ja, und sprecht mich niemals in der Öffentlichkeit an. Sie beobachten uns. Sie können nicht wissen, dass ihr mir helfen. Die sind doch gerade, äh... Erinnert euch, Bernadette Penelès. 6 Uhr früh. Was drückt, war ein Geburten erwischt. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Alter, fliegt der erst mal zu mir. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Ja, Meister. Braucht ihr mich? Elidor und Bracrobar. Elidor, was machst du denn jetzt hier? Okay, hier sind gleich zwei Wachen. Ist bei Carsten noch eine Wache? Okay, hier sind die Wache. okay das ding wurde der rot jetzt geht der singe weggegangen warte mal ist mein ruf jetzt hier noch bei 88 ok ich will zur bestehenden ist karsten jetzt hier wieder das kosten okay und wundungs idolos ich tue nur meine arbeit falls euch das nicht passt dann wendet euch an erredor ok ich speichere einmal hier bevor wir ihn erledigen so die drei gold nehme ich mit da hinten ist noch jemand nochmal kurz speichern er ist jetzt erledigt da warte mal wo ist der die sind beide da oben oder sind die oben oben ich gehe nochmal in die stadt hier ist nix grün okay ich hoffe die quest von glatt hier war jetzt nicht auch noch eine zeitgepässt ich hasse zeitquests vor wenn man das nicht freiwillig ausgewählt hat und dann auf einmal gezwungen wird so hier mach jetzt mal was aber nur so und so lange zeit ich habe ich habe glatt hier nicht angesprochen er hat mich angefangen bis jetzt … ich weiß nicht ich weiß nicht habe ich negativetisch wieder hier Oh, die sind zur Krustenhöhle gegangen. Okay. Dann gehen wir auch mal dahin. Wenn die jetzt alle dort sind. Dann kümmern wir uns einmal um die Vampire und einmal um die Vampirjäger. So, Carsten. So, Stahlkriegshammer. So, 5 Gold. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Puzzschwert, der zersplittert wird. Glas, Handschuhe. Vampirstaub. Äh, die Vampirjäger in Skingrad wurden getötet. Bogen des Schneesturms. Eridur. Was, Poriphosische, Dolchisbrandes? Nehmen wir mal mit. Äh, wir haben uns schon vor historische... Ähm, Orkschild. Das sah gerade kurz Daedrisch aus. Da fällt durch den Zauber. Starb das, äh, Rauereibs. Nicht mit. Elfenschild. Glasbeinschienen. So, das Schwert. So, das ist tausend wert. Ähm. Ich glaube, wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich alle direkt hierhin geschickt, oder? Und wir sind jetzt... Mh, Trinius Grauen Prinzen. Ähm. Ausdauern ziehen. Por... Porphyrische... Hämophilie. Das heißt, wir werden jetzt zum Vampir, wenn wir das nicht heilen, ne? Ich spare hier mal. Ich fülle mal ein paar Sachen auf. Okay. 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 Ich meine, also die sind nicht der Präzumpscare. Ähm. 35kg haben war zu viel. Ja, dann weißt du was. Ähm. Weg damit. Nicht genug Platz. Wiegt etwa 50kg. Oh, Reparatur haben wir. Perfekt. Müssen wir was reparieren? Gehen wir mal vorn aus hier. Wer ist da? Niemand. So. Der Ändrischner Dolch. Krustanisch des Spions. Wir haben den Ändrischner Dolch gefunden. Wo ist sie hin? Hat sie sich... Hat die die Claymore geholt? Die da hinten irgendwo lag. Ja, es war nur der Wind. Es war nur der Wind. So. Noch mal speichern. Okay, den haben wir. Mist. So, der hat die Claymore. Ne, das ist ein langes Schwert. Okay. Warte, was haben wir für einen Trank geholt? Wie der Hersteller in Geschicklichkeit. Zehn Punkte und selbst. Der Giftheilung. Wie ist das Wertebefinden? Kolovia ist sein Land. Was ihr... Habt ihr Nachrichten? Hi. Wo ist er hin? Da. Wer, wer? Ähm. Bisschen viel hier. Okay. Mist. Äh, die Vampire in der Blutkrossenhöhle wurden erledigt. Alter, war das aber auch jetzt gerade sehr viel. So. Hier. Nichts. Ah, das ist so viel Geld. Kurzschwert des Feuers. Der hat in der Brusthahnisch. Wir haben den. Okay, ich schmeiß. Ich muss einiges wegschmeißen. Das hier zum Beispiel. Tut mir jetzt im Herzen weh, das wegzuschmeißen. Wir haben den zweimal. Okay, das finde ich jetzt super. Wir haben schon mal den Harnisch. Ab Stufe 20 kommen wir. Okay. Okay. Hier gibt's noch was. Leitfahn für Skingrad. Tue. Noch ein Ebenholzschild. Kann ich nicht mitnehmen. Okay, aber ich muss sagen, sieht schon cool aus. Aber wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Untertitelung. BR 2018